Knapp 1000 Polizeieinsätze in Flüchtlingsunterkünften Wie eine Anfrage der AfD-Fraktion zeigt, liegen die Polizeieinsätze in Hamburgs Flüchtlingsunterkünften auf einem hohen Niveau. Demnach wurden im vergangenen Jahr 935 Einsätze registriert, in diesem Jahr sind es bereits 815 und damit 1700 Einsätze in nicht mal zwei Jahren. Mit fast 400 Einsätzen musste die Polizei Hamburg am häufigsten in die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung anrücken. Die Einsatzgründe reichen von Schlägereien, Messerstechereien und Raubdelikten bis hin zu Selbsttötungsversuchen. Pro Jahr fast 1000 Polizeieinsätze in Flüchtlingsunterkünften sind eine unzumutbare Belastung für unsere Polizei. Auch die Zahl der Feuerwehr- und Rettungseinsätze liegt weit über 1000, das spricht Bände. Wenn Asylbewerber zu kriminellen Gewalttätern werden, muss die Abschiebung auf dem Fusse folgen. Eine massive Abschiebeoffensive und einen starken Rechtsstaat, fordert AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann.